Aber jetzt will ich wissen, was er für andere tun würde. Dann sag mir mal, mein Herr, wie weit du gehen würdest, um einem Freund in Not zu helfen? Wenn jemand meine Hilfe braucht, kriegt er sie, so gut ich kann. Ich sag ihm immer wieder, dass man mit einem einfachen Gespräch viel erreichen kann. Ich gebe dir den Kalibrator. Danke. Und was wird er mich kosten? Hör dir diesen Mann an, Warnung. Er hat, was er will und traut dem Braten trotzdem nicht. Was machen wir mit so einem? Was er kostet? Einen Gefallen! Was für ein Gefallen. Keine Sorge, das sag ich dir rechtzeitig. Es wird nicht wehtun. Zumindest nicht dir. Was sagst du? Haben wir einen Deal, Herr? Jensen, wir haben einen Deal. Ausgezeichnet. Oben in meinem Büro ist ein Safe, dort findest du Kollers Kalibrator. Viel Spaß damit. Ich melde mich. Ich speichere lieber erstmal ab. Nicht, dass ich gleich hier was mache und dann die mich alle umbringen wollen. Das ist nicht schlecht fürs Geschäft. Hier unten ist es zu feucht. Ich werde krank. ... Das war's für heute. Interessant, nix schlecht, muss man da rumlaufen wie ich will, find ich gut, find ich sehr gut. Die Wand werde ich nicht durchschlagen, das wäre ein bisschen zu laut und ich habe keine Lust, dass ich auf einmal dadurch Ärger kriege. Wir haben doch irgendwo einen, ah ja, der ist ja. Breach-Software! Breach-News, weltweit führend, bei fairer und neutraler Durchsichterstattung. Breach-Wirklich unauffällig. Du bist hier unerwünscht. Okay, Koller, ich habe Ihren Neuroplastizitätskalibrator. Sehr gut! Ich werde Sie für die Optimierung vormerken, sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Ich habe da diesen anderen Kunden und der wartet nicht gern. Ich auch nicht, Koller. Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind. Das ist mies. Da ist was hinter, aber der Typ sieht mich. Ich habe hier zwei Paare besser als... Dreier. Ich will hacken. Ich will hacken. Das da unten ist ein Sperrgebiet? Verstehen Sie? Du solltest jetzt wirklich verschwinden. Ich gehe ja schon. So, also, ähm... So, wo haben wir den jetzt? Personen-Kult? Hä? Aufmachtierung... So, da fehlt der... Der Rave... Hä? Leute, müssen wir uns verschwunden. Anomalyse aufgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. So, wir haben eine Breed-Tuck-Bear. So, wir haben eine Breed-Tuck-Bear. Okay. 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 Das war's für heute. ich habe es doch 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 ich habe es doch